Heute gibt es eine Premiere. Ihr werdet etwas sehen, das ihr nie wieder sehen werdet. Mich, Emma Potter, betrunken. Aber es gibt eben etwas zu feiern. Daisy wird heiraten. Und da kann man schon mal ein bisschen die Sau rauslassen, oder? Solange man es nicht übertreibt. Spoiler, ich habe übertrieben. Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der 47. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Den letzten Part haben wir ja mit unserer Violette in San Myshuno verbracht, aber jetzt sind wir wieder zurück bei Emma und den anderen in Hanford-on-Bagley. Für diesen Part habe ich mir jetzt etwas Besonderes überlegt. Vermutlich wisst ihr es schon, weil es im Thumbnail und auch im Titel steht. Aber ich verkünde es jetzt trotzdem nochmal ganz offiziell. Wir feiern heute den Junggesellinnen-Abschied von Daisy. Da muss ich jetzt natürlich ein wenig improvisieren, denn Emma wird den veranstalten und das funktioniert nicht und deshalb muss ich das irgendwie anders lösen. Aber auf jeden Fall werden wir den Junggesellinnen-Abschied feiern und ansonsten kümmern wir uns noch ein bisschen um den Hof und schauen einfach, was sonst so passiert. Bevor wir in den Part hinein starten, wenn dir mein Let's Play gefällt, vergiss nicht mir ein Abo, ein Like und auch den ein oder anderen Kommentar dazulassen. Ich freue mich wirklich immer über jeden einzelnen. Aber gut, dann starten wir jetzt in den Part hinein. Wir haben jetzt Sonntag um 11 Uhr. Es geht allen ziemlich gut. Emma ist gerade dabei, die Küche zu putzen bzw. hat sie die Küche gerade fertig geputzt. Jared spielt hier im Müll. Okay, wenn du schon dabei bist, könntest du das alles gleich mal wegwerfen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und hier ist, was ist das? Eine Müllpflanze. Ja gut, die kannst du dann gleich mal entwurzeln und ja, dann könntest du hier gleich mal Futter in der Nähe verstreuen. Gut, was macht Rose? Rose ist gerade dabei, die Hausaufgaben zu machen und Livia möchte Unfug mit Rose treiben. Oh, Violet ist hier. Hallo, Violet. Ich liebe es, wie sie jetzt aussieht, aber irgendwie geht sie schon wieder. Okay. War vielleicht nur ein kurzer Besuch, um zu sagen, hey, mir geht's gut. Geht's dir auch gut? Und Ivy hat gerade irgendwas erfüllt. Drei Geschenke an Füchse, Hasen oder Vögel geben. Ja, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber um deren Bestreben müssen wir uns ja auch kümmern. Irgendwie vergesse ich das sehr, sehr gerne, weil ansonsten wird Ivy niemals ausziehen können. Wir haben auf jeden Fall hier jetzt den Kürbis und ich habe auch schon gesehen, dass man den ernten kann. Ich werde da jetzt einfach mal alles ernten und ich habe keine Ahnung, oh Gott. Livia scheint sich am Schrecken und Wut anderer zu ergötzen. Ist nun der Zeitpunkt gekommen, zuzugeben, dass sie Unfug mag. Ja, irgendwie passt das ja zu Livia, deshalb gut. Du magst Unfug. Du wirst nicht mal lange bei uns leben, weil Unfug nervt mich ungemein. Ja, es hat die perfekte Qualität. Oh mein Gott, perfekt. Der Riesenkürbis hält jetzt sechs Tage. Wann findet der nächste Markt statt? Schon am Samstag. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das könnte knapp werden, aber eigentlich müsste sich das ausgehen, denn der Markt ist von 15.30 Uhr bis 21.30 Uhr und jetzt haben wir 12 Uhr. Ich kann nicht rechnen, das ist wirklich nicht gut, aber in Wirklichkeit ist es ja sieben Tage und das geht dann auf jeden Fall. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder auch nicht. Hält es vielleicht länger, wenn wir den Kürbis in den Kühlschrank geben? Normalerweise sollte das länger halten, finde ich. Schauen wir mal. Hält es jetzt länger? Bitte sag ja. Ist das der Kürbis? 17 Tage. Perfekt. Absolut kein Problem. Da dürfen wir dann nur ja nicht vergessen, dass wir da wirklich zum Markt gehen. Also ich vergesse ja sehr gern Dinge, aber das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ivy, kümmerst du dich in der Zwischenzeit nochmal um alle Pflanzen? Du kannst das hier mit Insekten Spray einsprühen und hier können wir momentan leider nichts ernten, aber morgen wird das dann schon wieder klappen. Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir unbedingt zu diesem Markt müssen, das ist nämlich Teil vom Bestreben. Also jetzt noch nicht von dieser Stufe, aber von der nächsten Stufe. Hier haben wir eben einen Wettbewerb auf dem Markt von Finch Week in Hanford und Bagley gewinnen. Wir müssen jetzt tatsächlich noch drei Geschenke an Füchse, Hasen oder Vögeln geben. Deshalb hätte ich gesagt, da es denen gerade gut geht und wir auch ein paar Dinge im Inventar haben, die wir herschenken könnten, könnten wir ja einfach mal zum Nationalpark reisen und einfach mal schauen, ob dort irgendein Hase ist oder ein Fuchs oder sonst irgendetwas, dem wir Dinge schenken könnten. Dann reisen wir jetzt zum Nationalpark und heute am Abend möchte ich eben den Junggesellen in den Abschied stattfinden lassen. Sonntag ist vielleicht ein wenig seltsamer Tag, um das zu machen, aber wir könnten ja sagen, vielleicht ist Stacy mit ihrem Job so eingespannt und es geht sich nicht anders aus oder sie hat zufällig für diesen Tag gerade einen Babysitter gefunden. Keine Ahnung, aus irgendeinem Grund muss das eben heute sein. Wir sind jetzt hier angekommen und hier liegt gleich mal Dreck. Das könntest du einfach gleich mal wegputzen und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo Tiere finden, die wir beschenken könnten. Ist hier irgendwo irgendetwas? Hier ist ein wütender Mann, aber leider kein Tier. Wieso schauen die sich so ähnlich? Oh, die schauen sich gar nicht ähnlich. Wieso putzt du das nicht weg? Räum das auf. Hier haben wir einen Wildvögelschwarm. Sehr gut. Dann wirst du mal mit ihnen über Federn reden und dann können wir ihnen etwas schenken. Zuerst natürlich mal Geschenkpräferenz in Erfahrung bringen und vielleicht haben wir ja zufällig etwas im Inventar, das sie gerne hätten. Kann natürlich auch sein, dass wir das nicht haben und ihnen dann etwas geben, was sie überhaupt nicht haben wollen. Aber ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Wir müssen ihnen ja nur irgendetwas geben. Es muss ihnen ja nicht gefallen. Sie scheinen essen zu mögen. Okay. Ei geben. Ja gut, geben wir ihnen ein Ei. Ist ja irgendwie was zu essen. Vielleicht mögen sie das? Ja, sehr gut. Das scheint ihnen gefallen zu haben und dann können wir ihnen eigentlich noch was geben. Nein, können wir nicht. Wir könnten von ihnen jetzt ein Geschenk annehmen, aber das ist Teil der nächsten Stufe des Bestrebens. Das heißt, wir merken uns das jetzt einfach mal und finden hoffentlich noch ein anderes Tier irgendwo. Da sind gerade keine Tiere, aber so viele Menschen. Das ist sehr, sehr untypisch, finde ich. Ist hier ein Hase? Hier ist ein Wildhasenhaus. Oh, und hier ist der Hase. Okay, perfekt. Dann rede mal mit dem Hasen und dann bring auch seine Geschenkpräferenz in Erfahrung und dann werden wir auch ihm eine Kleinigkeit schenken. Okay, der mag uns irgendwie nicht und er möchte uns auch nicht sagen, was er mag. Ist mir eigentlich egal. Schenk ihm einfach mal deine Hausaufgaben. Vielleicht mag er es ja zufällig und wenn nicht, dann mag er es halt nicht. Ist auch nicht so schlimm. Ist übrigens seltsam, es ist voll warm, obwohl wir Frühling haben. Und jetzt haben wir den Meilenstein erreicht und sind tatsächlich an der letzten Stufe des Bestrebens angelangt. Also wenn wir diese Aufgaben abgeschlossen haben, dann kann auch Ivy ausziehen. Und mein Plan ist ja, dass sie zu Sophie zieht und eben die Farben der oben übernimmt. Und ihr seid alle sehr begeistert von der Idee. Das freut mich wirklich sehr. Und wir kommen diesem Plan immer, immer näher. Wir müssen nämlich nur noch maximale Beziehung mit einer Kuh, einem Huhn oder einem Lame erreichen, drei Geschenke von Hasen oder Vögeln erhalten und einen Wettbewerb auf dem Markt gewinnen. Dann gehen wir jetzt gleich mal zurück zum Vogelschwarm und werden hier das Geschenk entgegennehmen. Ich hoffe, die wollen uns das Geschenk noch geben. Ich habe keine Ahnung, wie lange das anhält. Perfekt. Dann werden wir das Geschenk vom Vogelschwarm annehmen. Und zu Hause werden wir uns dann gleich auch noch eine Kuh kaufen. Was haben wir denn bekommen? Ein Kürbisleckerchen. Oh, sehr, sehr süß. Wollt ihr jetzt vielleicht auch noch ein Geschenk von mir haben? Weiß ich nicht. Tiere lieben Abwechslung. Fleischhaltige Gerichte mögen sie auch? Okay. Weird. Aber gut. Anscheinend sind das fleischfressende Vögel. Wer bist denn du? Oh, hier haben wir den Fuchs. Der sieht ja cool aus. Osiris. Gib auch ihm mal ein Getränk. Honig ist ein Getränk. Okay. Schenk dem Fuchs mal Honig. Vielleicht mag er uns dann ja. Und ansonsten könnten wir es noch mal mit einem würzigen Pilz probieren. Vielleicht mag er den ja lieber. Und wie sieht es aus, Fuchs? Magst du denn Honig? Ja. Oh, bleib da. Nein, bleib da. Du wirst uns doch jetzt sicher auch was schenken, oder? Nein. Okay. Warum nicht? Oh, Füchse schenken nichts zurück. Na, das ist nicht lieb. Gut, aber wir gehen jetzt wieder nach Hause, kaufen uns eine neue Kuh und müssen dann alles für den Junggesell in den Abschied vorbereiten. Ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt, wie das wird und was dabei herauskommt. Ich habe tatsächlich schon eine sehr genaue Idee für ein Ereignis, das stattfinden soll. Die Idee habe ich von einem Kommentar von euch. Ich möchte das jetzt aber nicht vorlesen, weil sonst spoiler ich euch das Ganze. Aber ihr werdet schon sehen. Ich hoffe, dass ihr dann mit dieser Storyline einverstanden seid. Aber gut. Ivy, geh mal auf die Toilette und dann kaufen wir uns noch eine Kuh. Ich glaube, letztens hatten wir eine braune, dann kaufen wir uns jetzt eine gefleckte Kuh. Wie geht's den anderen? Ja, da ist nicht so viel passiert, während ich weg war. Ne, ich glaube, du machst da jetzt nicht irgendwelche komischen Sachen, Emma. Du kannst eigentlich dein Pop-Art-Gemälde weitermalen. Rose, was machst du? Hast du deine Hausaufgaben schon fertig? Nein. Warum hast du nicht deine Hausaufgaben gemacht, während ich weg war? Was ist mit dir? Und wer bist eigentlich du? Caroline? Äh, Jared, ich glaube, da ist wieder ein Girl von dir. Sag mal Hallo. Stell dich einfach mal freundlich vor bei ihr. Also, wie wir ja alle schon wissen, Jared ist der absolute Mädchenschwamm der Schule. Und anscheinend geht das sogar so weit, dass jetzt die gute Caroline zufällig in der Nähe spazieren war und dann hier beim Haus stehen blieb und dachte, oh, das ist so ein schönes Haus. Wer wohnt hier nur? Ich bleibe jetzt einfach mal da stehen und vielleicht kommt ja zufällig Jared raus. Natürlich wusste ich nicht, dass er da wohnt. Und deshalb findet sie ihn natürlich absolut bewundernswert und er findet sie es dramatisch. Ja, kann ich gut verstehen. Wenn mich jemand nach Hause verfolgt, würde ich das auch denken. Aber er spricht natürlich trotzdem mit ihr. Er wird ihr mal eine lustige Geschichte erzählen. Es ist Jared, ich glaube, er lässt nichts anbrennen. Das sagt man so, oder? Dann wird er jemanden parodieren und dann kann er ja mal mit Rumschmusen angeben und sagen, ja, Caroline, cool, dass wir uns jetzt kennengelernt haben. Ich muss sagen, du weißt ja, wie ich bin. Du hast es in der Schule sicher schon gehört. Ich bekomme jedes Mädchen, das ich will. Das ist ganz, ganz einfach. Ich schaue einfach süßt rein und dann sind alle da. Ja, genau das sagt er ganz sicher. Genauso gibt man mit Rumschmusen an und dann fragst sie einfach mal nach ihren Rumschmuseinteressen. Rose, wenn du fertig bist, könntest du auch noch die Zusatzhausaufgaben machen. Immerhin bist du nur eine durchschnittliche Schülerin. What? Ist das ein Bug? Das sieht nach Bug aus. Jared kennt jetzt die Rumschmuseinteressen. Ja, wie sehen die Rumschmuseinteressen denn aus? Bis jetzt wollte, glaube ich, noch nie ein Sim das beantworten. Frauen und Männer, okay. Ja, aber dann kannst du schon gehen, Caroline. Es war nett, dich kennengelernt zu haben. Vielleicht sehen wir uns hier in der Schule wieder. Und dann könntest du eigentlich mal was fürs Football-Team machen. Wir haben ja gesagt, wir hätten gern, dass er hier der Käpt'n wird. Also, dass das seine Challenge wird. Weil ich glaube, ganz ehrlich, dass mit dem Gipfel von Mount Comoraby wird nichts mehr. Wie können wir da jetzt üben? Übe mal gemeinsam. Ach, jetzt ist Caroline gegangen. Daisy ist anscheinend in der Nähe. Dann übe mal mit Daisy. Vielleicht ist sie schon vorbeigekommen, um die anderen abzuholen. Oh, wir haben nämlich schon kurz vor 18 Uhr. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie deshalb da ist. Aber bis deine Mom und Ivy fertig sind, könnt ihr ja noch ein wenig üben. Schauen wir mal, wie gut er schon ist. Ich liebe es übrigens, dass Daisy in diesem Outfit denkt, ja, Football üben, das ist eine perfekte Idee. Wobei, so anstrengend sieht das nicht aus. Sie werfen ja nur den Ball hin und her. Übrigens habe ich geplant, dass ich für den Junggesell in den Abschied jetzt keine Veranstaltung mache, weil da müsste ich ja mit Daisy spielen und das möchte ich nicht. Und aus diesem Grund habe ich eine soziale Gruppe erstellt. Und zwar Daisy's Party People. Da sind Emma, Ivy, Daisy und Violet drinnen. Und sie geht wieder. Okay, vielleicht wollte sie uns nur daran erinnern, dass das heute stattfindet. Und jetzt geht sie wieder nach Hause. Ja, gut. Und diese Gruppe mag Bargetränke trinken, essen, tanzen und freundlich zu jemandem sein. Passt meiner Meinung nach perfekt. Dann hätte ich gesagt, wir könnten uns eigentlich gleich mal auf den Weg machen. Es ist 19 Uhr. Ich weiß ja nicht, wie lange das alles dauert und wie sehr wir eskalieren werden. Ich habe absolut keinen Plan. Deshalb reisen wir jetzt einfach mal mit Emma und Ivy dorthin und werden dann dort das Gruppentreffen steigen lassen. Ich habe dafür in Tartosa auch schon ein paar schöne Dinge platziert. Also erstens habe ich hier nämlich einen neuen Hochzeits Schauplatz platziert. Dieser nennt sich Daisy's Dream Wedding. Er hieß anders. Ich habe aus der Galerie. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wie er geheißen hat. Aber wenn es jemanden interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann schaue ich nochmal, ob ich ihn finde. Und hier würde ich gerne Daisys Hochzeit steigen lassen. Also jetzt nicht in diesem Part, aber vielleicht im nächsten oder übernächsten. Das würde ich sehr schön finden. Dann könnten wir noch einmal mit Daisy und Sydney spielen. Das würde ich sehr, sehr schön finden. Aber den Junggesellenden Abschied, den feiern wir natürlich nicht dort, sondern den feiern wir hier. Im Tartosa Nights Nachtclub. Und deshalb werden wir jetzt gleich mal dorthin reisen und die Veranstaltung steigen lassen. Also das Gruppentreffen. Ich bin schon sehr aufgeregt und sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass schon ein wenig Alkohol fließen wird. Immerhin feiert Daisy nur einmal den Junggesellenden Abschied und naja, da kann man schon das ein oder andere Getränk zu sich nehmen. Gut, dann werden wir gleich mal eine Versammlung starten. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Was habt ihr denn an? Das sind nicht eure Partyoutfits. Was ist mit Sims in letzter Zeit los? Ich habe da irgendeinen Bug, dass alle ganz seltsame Partyoutfits anhaben. Ich verstehe es nicht. Das sind doch nicht eure Klamotten. Was passiert mit meinem Spiel? Ich kenne mich nicht mehr aus. Warum haben alle so komische Sachen an? Das ist das aktuelle Outfit. Ja, aber das habe ich dir doch niemals gegeben. Daisy bleibt in ihrer Alltagskleidung. Ich verstehe nicht, was da gerade passiert. Ich habe keine Ahnung. Alle haben ganz komische Sachen an. Und immer wenn ich auf was draufklicke, ändert sich alles. Dann werde ich jetzt mal nichts anklicken und hoffe, dass sich das ändert. Und jetzt sehen halt alle so aus. Kann man nichts machen. Fragt mich nicht, was das schon wieder für ein Bug ist. Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein Werwolf. Wer bist denn du? Rory. Okay, Rory ist da. Ist doch schön. Dann könnten ja alle mal zusammen tanzen. Hochzeitsgruppentanz? Ich glaube nicht. Hier, zusammen tanzen. Perfekt. Und dann könntet ihr auch gleich mal was trinken. Emma, bestell du gleich mal ein Getränk für alle. Hier beim Barkeeper. Wer ist denn der Barkeeper? Das ist der gute Cody. Dann bestell mal für die Gruppe. Was könnten wir denn trinken? Wir trinken ein Wodka-Soda. Geld spielt keine Rolle heute. Immerhin feiert Daisy ihren großen Tag. Gut, hört auf zu tanzen. Ihr müsst jetzt trinken. Ich verstehe gerade wirklich nicht, wieso all meine Sims so hässliche Sachen anhaben. Ich meine, man könnte vielleicht sagen, das Motto war Bad Taste. Ich meine, es passt zwar gar nicht zu Daisy, weil Daisy ist genau das Gegenteil. Aber das ist für mich die einzig mögliche Erklärung. Ansonsten würden alle Beteiligten niemals so außer Haus gehen. Dann haben sie endlich das erste Getränk erhalten. Ihren Wodka-Soda. Trinkt ihr jetzt auch davon? Okay, sehr, sehr gut. Und dann gibt es natürlich gleich die nächste Runde. Wie gesagt, mit Alkohol wird heute nicht gespart. Dann wollen sie einen Cuba Libre trinken. Ich glaube, Emma sagt, kosten wir uns doch einfach durch die ganze Karte. Was soll schon passieren? Ist ja nicht so, als würde man betrunken schlechte Entscheidungen treffen. Emma fühlt sich jetzt auf einmal auch sehr kokett und hat einen Attraktivitätsalarm auf Lukas Munch. Wer ist Lukas Munch? Du bist Lukas Munch. Ich glaube langsam, Emma steht auf blonde Männer. Stell dich mal freundlich bei ihm vor. Weil den ersten Attraktivitätsalarm, den ich von ihm mitbekommen habe, der war auf Jacob. Und der ist ja auch ein blonder Mann. Ja. Emma hat jetzt einen makellosen Ruf? What? Wie hat sie denn das bekommen? Emma hat eine absolut positive Ausstrahlung. Wenn sie an anderen vorbeigeht, schwappen wahre Wellen der Freundlichkeit auf sie über und sie erntet das Lächeln vieler Sims, da sie mit ihrer bloßen Anwesenheit anderen den Tag versüßt. Freunde verzeihen soziale Fehltritte schneller und verurteilen sie nicht mehr so schnell. Außerdem ist Emma jetzt so glaubwürdig, dass sie Wohltätigkeitspartys veranstalten kann. Lade andere Weltverbesserer ein, um Spaß zu haben und für einen guten Zweck zu sammeln. Ist das süß? Ich weiß nicht, wie sie das bekommen hat, aber ich finde, es passt sehr gut zu ihr. Aber Emma, wieso redest du denn jetzt nicht mit diesem Lukas? Wo ist er hin? Oh nein. Ist er gegangen? Nein, das ist Lukas, oder? Perfekt. Wow. Sie verstehen sich auch schon unglaublich gut. Dann geh gleich mal hin und gib ihm Beziehungstipps, weil immerhin ist sie kokett und das passt sehr gut. Er ist sehr traurig. Das ist nicht gut. Vielleicht können wir, ja, frage ihn einfach gleich mal, ob er Single ist. Sie ist ja jetzt auch schon ein bisschen angeheitert und deshalb denkt sie sich einfach nur, ja, ist ja egal. Es sieht ganz lieb aus. Frage ich ihn halt einfach mal, ob er Single ist. Dann erzählt sie ihm eine fesselnde Geschichte und ich glaube, dann geben wir ihn zur Gruppe hinzu. Also können wir jetzt so auch eine Gruppe bilden? Nein, schade. Können wir nicht? Logisch, weil wir ja eine Gruppenveranstaltung haben. Können wir ihn auf ein Getränk einladen? Getränk bestellen für? Ah, perfekt. Dann laden wir ihn auf ein Getränk ein. Was könnten wir denn für ihn bestellen? Jetzt geht sie hin und sagt, hey, ich finde dich ganz cool. Wollen wir vielleicht zusammen was trinken? Und er ist natürlich voll am Start, auch wenn er irgendwie nicht mitgekommen ist. Wo ist er denn jetzt? Und da ist schon wieder dieser Mann mit dem Schnurrbart. Woher kenne ich den schnell? Hector Laurent. Stimmt, gegen den hat Violet im letzten Part ein Dance Battle gemacht. Ja, das war auch schön. Anscheinend verfolgt der Violet. Wo ist jetzt Lukas? Hier unten. Ja gut, dann wird Emma jetzt einfach mal hier noch unten in den Keller gehen und dort eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm führen. Da sind ja auch zufällig zwei Schränke. Die habe ich ja ganz sicher nicht platziert, damit Emma da jetzt ein Techtelmechtel haben kann, weil das war gar nicht mein Hintergedanke. Überhaupt nicht. Also, ich glaube spätestens jetzt ist uns allen klar, was ich vorhabe. Und ja, dazu müssen wir aber Lukas erstmal ein wenig aufmuntern. Wir werden ihn nach seinem Tag fragen. Lukas bleibt da. Werden ihn wegen Ableben trösten? Oh, das tut mir leid. Ist jemand gestorben in seinem Leben? Die haben ihr Gespräch jetzt hier nach oben verlagert und Emma tröstet ihn. Anscheinend ist leider jemand gestorben. Dann erzählt sie ihn von ihren Ideen. Dann können wir ihn ja mal umarmen. Und es ist Emma. Also, ich glaube, sie geht gleich mal aufs Ganze und wird einen mutigen Anmarspruch loslassen. Sie verstehen sich ja auch schon so gut. Also, ich glaube, ja. Okay. Er ist down for it. Er ist total begeistert von ihr. Sie haben auch schon eine romantische Leiste nach einem Anmarspruch. Dann wird sie jetzt mal mit ihm flirten. Wird ihm auch gestehen, dass sie sich schon angezogen fühlt von ihm und sagen, hey, ich sag's ganz ehrlich, ich finde dich voll toll. Du siehst gut aus. Du scheinst nett zu sein. Ich finde dich echt super. Was hältst du eigentlich so von mir? Anscheinend, ja, ist er auch sehr begeistert. Dann wird sie ihm noch ein Kompliment machen und sagen, und du hast so schöne Augen. Ich weiß nicht, warum genau sie über seine Augen spricht, aber sie sagt, du hast so schöne Augen und so schönes, blondes Haar. Ich liebe Menschen mit blonden Haar. Dann wird sie gleich mal mit ihm knuddeln. Also, ja. Er ist wirklich total dabei. Und dann wird sie ihn auch gleich mal küssen. Ich hoffe, ihre Kinder sehen das jetzt nicht allzu gut. Ich meine, ja, natürlich, sie sind alle schon erwachsen, aber ich weiß nicht, wie begeistert sie davon sind. Und dann küssen die sich hier jetzt. Wobei, da ist ja sogar eine Wand. Ja, perfekt. Nein, da bekommt keiner was mit. Die haben hier sehr viel Privatsphäre, was sehr gut ist. Und dann werden wir noch mal flirten. Und können wir jetzt schon Techtelmächteln? Geht das denn schon? Techtelmächteln mit Lukas. Naja, dann können wir das ja mal probieren. Und möchte er? Ja, perfekt. So, und unsere Emma, Mutter von fünf, nein, sechs, nein, keine Ahnung wie vielen Kindern, geht jetzt betrunken mit einem wildfremden Mann in einen Schrank. Am junggesellenden Abschied ihrer Tochter. Sie trifft wirklich sehr, sehr tolle Entscheidungen. Ja, und die beiden sind jetzt hier im Schrank. Ich hoffe sehr, sie haben Spaß. Man muss bedenken, wenn Emma jetzt schwanger ist, sie hat sich zwar bei Lukas vorgestellt, aber sie weiß absolut nichts über ihn. Und selbst wenn ihr irgendetwas erzählt hat, also seinen Nachnamen zum Beispiel. Vermutlich kann sie sich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern. Deshalb, wenn sie schwanger sein sollte, wird Lukas wahrscheinlich niemals etwas davon erfahren. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Es wurde schon mal nicht verhütet und sie fühlt sich jetzt sehr kokett, wohin die Liebe fällt. Mal abgesehen von den Kleiderbügeln war das eine erquickliche Erfahrung. Das finde ich sehr, sehr schön. Das freut mich wirklich sehr. Emma ist jetzt auch unheimlich müde. Und Ivy, ja, Ivy ist noch viel müder. Sind die anderen noch da? Ja, Violet sitzt da. Der scheint es noch gut zu gehen. Und hier ist Janet in Unterwäsche. Vermutlich hat sie gesehen, dass Violet da ist und wollte sie beeindrucken. Daisy scheint aber schon nach Hause gegangen zu sein. Ja gut, ich glaube, dann können wir die Versammlung jetzt auch mal beenden und werden jetzt nach Hause gehen. Wie gesagt, es sind alle unglaublich müde. Und Ivy fühlt sich jetzt auch sehr unwohl. Alkoholiker? Ivy ist alkoholabhängig? What? Ivy hat zum ersten Mal Alkohol getrunken und anscheinend ist der jetzt alkoholabhängig. Das scheint vom Base Mental Alkohol-Mod zu kommen. Wusste nicht, dass das so schnell geht. Aber gut, Ivy wird ab sofort auf Alkohol verzichten. Ja, Emma geht es aber gut. Sie ist nur sehr, sehr müde und hat hier natürlich die Stimmung ohne Fallschirmfliegen. Es wurde beim letzten Techtelmächtel nicht verhütet. Da kann ich jetzt natürlich nichts dafür, wenn dabei ein Baby entstanden ist. Und es war auch gar nicht mein Plan. Also, dass es mit diesem Lukas passiert, war wirklich nicht mein Plan. Eigentlich wollte ich Jacob einladen, mit dem sie ja im letzten Part ein Date hatte. Aber ja, dann hatte sie den Attraktivitätsalarm auf Lukas und jetzt ist das eben so gekommen. Und vielleicht bekommen wir bald wieder Babys. Bei meinem Glück werden es wahrscheinlich Drillinge oder Vierlinge. Also schreibt mir gern schon mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie viele Babys es diesmal werden. Und ihr könnt mir natürlich auch schon sehr, sehr gern Namensverschläge in die Kommentare schreiben. Wenn mir nämlich etwas gefällt, dann notiere ich das natürlich immer. Also schreibt mir gern jetzt schon ein paar Vorschläge in die Kommentare. Aber gut, die beiden gehen jetzt mal ins Bett und ich hoffe sehr, dass sie bald wieder die richtigen Klamotten anhaben. Also das ist echt ein sehr, sehr nerviger Bug, weil ich habe jetzt irgendwie Angst, dass das verloren geht und dann muss ich sie wieder umstylen. Und das wird mich ein bisschen stressen. Wie ist es bei den anderen? Okay, ich probiere es mal bei Rose aus. Rose, zieh dich mal um. Ziehen wir ihr mal die Sportkleidung an. Ja, bei ihr hat es jetzt funktioniert. Vielleicht liegt es an der Gruppe. Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Rose, du könntest ja mal wieder mit irgendjemandem chatten. Sie hatte von Sim da ja diesen Dominik, den ich aber sehr, sehr creepy fand. Also vielleicht den nicht mehr. Wobei sie ist doch im Computerclub und muss Programmieren üben. Dann machen wir das mal. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Programmieren üben. Perfekt. Livia, wie geht es dir? Ja, da geht es eigentlich auch gut. Wieso ist denn niemand müde? Es ist vier Uhr früh. Anscheinend sind sie schon so früh ins Bett gegangen. Was wünschst du dir hier? Mit Kaori plaudern. Oh, ist das süß. Dabei haben die sich in San Marischuno ja voll gestritten, oder? Also wenn ich mich richtig erinnere. Dann werde ich den Rest der Nacht jetzt einfach mal durchspielen. Und ich glaube, morgen möchte ich mal wieder mit den Teenagern mit zur Schule gehen. Da waren wir schon sehr, sehr lang nicht mehr. Jetzt haben wir Montag, acht Uhr und es ist wieder Zeit für die Schule. Da der Junggesellendenabschied tatsächlich viel schneller vonstatten gegangen ist, als ich gedacht habe, werden wir mit Rose und Jared jetzt nochmal mit in die Schule gehen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat Emma gerade eine SMS bekommen, dass Violet sich freut, dass sie sich mit Lukas Munch angefreundet hat. Ich interpretiere das jetzt einfach mal so, dass Violet fragt, hey Mom, wo warst du eigentlich mit diesem komischen Mann? Also ihr seid da irgendwie verschwunden? Ist alles in Ordnung bei dir? Hast du den gekannt? Und Emma ist jetzt natürlich sehr, sehr verlegen. Am nächsten Tag, so nachdem sie jetzt ausgenüchtert ist und denkt sich, was habe ich eigentlich getan? Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob wir in diesem Part herausfinden werden, ob Emma schwanger ist oder im nächsten. Das werden wir noch sehen. Aber jetzt werden wir erst mal mit Rose und Jared zur Schule gehen. Und hier sind wir. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit, bis die morgenliche Freizeit endet. Ich glaube, diesmal möchte ich mich mehr um Rose kümmern. Sie muss eine Stunde an einem Trainingsgerät trainieren. Das können wir gleich mal machen. Trainiere hier unten und Jared. Ja, vielleicht findest du ja wieder irgendjemanden, mit dem du flirten könntest. Wer ist denn das eigentlich? Belixmansch? Bist du der Sohn von Lukas? Nein. Okay. Vielleicht ist das der Bruder von Lukas? Ich habe keine Ahnung. Aber Jared weiß ja auch nichts davon. Wer bist denn du? Sarah. Kennen wir dich schon? Nein. Gut. Dann wird er sich jetzt mal bei Sarah vorstellen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die sich auch gut verstehen. Sie sieht irgendwie aus wie ein Girl, mit dem Jared sehr gut klarkommt. Oh, die lachen schon. Die verstehen sich sehr, sehr gut. Was habt ihr denn für den ersten Eindruck miteinander? Keinen guten. Aber er findet sie attraktiv, deshalb... Was macht er denn? Machen wir gleich mal einen koketten Witz. Und dann sagst du ihr, dass sie schön aussieht. Aber dann werde ich mich jetzt wieder um Rose kümmern. Die trainiert hier noch ein wenig. Heute ist Montag und sie muss für eine Prüfung lernen. Alles klar. Wo können wir das? An einem Bücherregal oder am Computer? Haben wir hier irgendwas von beidem? Ich sehe gerade irgendwie gar nichts. Wieso finde ich denn nie was in dieser Schule? Hier haben wir ein Bücherregal. Dann lernen hier mal für die Prüfung. Jared ist schon wieder verknallt. Jared, was ist mit dir? Du kannst nicht immer in jedem verknallt sein, den du siehst. Das muss ich jetzt ganz kurz mal abchecken. Also, er ist auf jeden Fall verknallt in Sarah. Er hat auch eine romantische Leiste mit Marco. Anscheinend ist er bisexuell oder pansexuell. Sehr, sehr spannend. Wusste ich noch nicht. Dann haben wir noch Gina. Auf die steht er auch. Und dann gibt es doch noch jemanden. Genau, Nadja. Auf die steht er nicht. Und die ist jetzt verheiratet? Mit Rohan Holunda. Was passiert eigentlich in meinem Spiel? Ach und Luna gibt es auch noch. Ja, auf die steht er auch. Also, man kann festhalten, Jared verliebt sich so gut wie in jeden Menschen, der ihm ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Finde ich sehr spannend. Und die beiden sitzen jetzt im Mathematikunterricht und hören der Lehrerin gespannt zu. Glaube ich zumindest. Ich kann nichts auswählen. Ja, gut. Und jetzt haben wir Mittagessen. Und ich habe gerade gesehen, man kann sie für eine Wissenschaftsmesse anfragen. Das wird Rose jetzt einfach mal machen. Also, ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es klingt nach etwas, das Rose gerne machen würde. Vielleicht kann sie da selbst einen Beitrag einreichen oder sonst irgendetwas. Auf jeden Fall glaube ich, dass das zu Rose sehr gut passen würde. Sie erzählt jetzt einfach, ich hätte ein paar sehr gute Ideen und die würde ich gerne bei der Wissenschaftsmesse beitragen. Wäre das möglich? Würde das gehen? Die Anfrage von Rose für die Computerwissenschaftsmesse wurde akzeptiert. Nimm morgen um 17 Uhr an dem Spaß teil. Oh, das ist morgen? Ja gut, dann wird sich der nächste Part darum drehen. Ich habe nämlich auch gesehen, morgen ist tatsächlich GeekCon in der Stadt. Also, das wäre doch perfekt, wenn sie zuerst zur GeekCon geht und dann ab 17 Uhr zur Wissenschaftsmesse des Computerteams. Das passt einfach nur perfekt. Dann wird sich der nächste Part wirklich nur um Rose drehen. Finde ich sehr, sehr cool. Ihr haben wir bis jetzt ja leider noch kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Also, das wird glaube ich sehr, sehr gut passen. Und dann werden wir die Hochzeit von Daisy besser im übernächsten Part machen. Ja, die beiden haben jetzt Mittagspause, sind aber eigentlich nicht zu hungrig. Deshalb können die jetzt einfach mal machen, was sie wollen. Weiß nicht, okay. Beide gehen hier zum Computer. Sie möchte online backen lernen. Gut. Jared ist traurig. Wieso bist du denn traurig? Geteiltes Leid. Wegen Verbundenheit zu jemandem, der sich schlecht fühlt. Oh. Und da kommt einer seiner Schwärmereien. Was war das? Ah, ich glaube, sie ist eine Meerjungfrau. Jared, dann flirte doch noch ein bisschen mit Saskia. Sie heißt nicht Saskia, sie heißt Sarah. Entschuldigung, aber bei diesen ganzen Namen komme ich durcheinander. Das sind eindeutig zu viele Sims, an denen er Interesse hat. Aber es gab doch auch mal eine Saskia, oder? Nein? Habe ich mir Saskia eingebildet? Es gab eine Saskia. Vielleicht gab es auch keine Saskia. Anscheinend habe ich mir das wirklich eingebildet. Und Jared ist schon krokett, obwohl er nur ganz normal mit ihr gesprochen hat. Verträumter Blick, weil sich in jemandem in der Nähe verknallt hat. Jared Clay denkt an seinen Schwarm. Wenn wir jetzt auf ihn draufklicken, an Schwarm denken, wow. Dann kann er tatsächlich an drei unterschiedliche Menschen denken. Luna, Gina oder Sarah. Aber ich will natürlich nicht judgen. Junge Liebe ist natürlich absolut ernst zu nehmen. Und ich bin mir sicher, es sind ganz, ganz echte Gefühle, die Jared für all diese Personen hegt. Spannend finde ich nur, dass Nadia nicht mehr sein Schwarm ist. Und natürlich auch, dass sie verheiratet ist, obwohl sie eine Teenagerin ist. Fragt mich nicht, wie das gegangen ist. Da habe ich wohl schon wieder irgendwelche seltsamen Einstellungen mit meinen Mods getroffen. Und der Schultag ist vorbei. Livia ist nicht so gut in der Schule. Und wie sieht es bei den anderen aus? Rose hat ihre Lehrer beeindruckt und heute eine Menge gelernt. Und Jared Clay hat heute gute Arbeit geleistet und gute Noten bekommen. Ja, perfekt. Die beiden müssen jetzt gleich zu den außerschulischen Aktivitäten. Der Schultag war jetzt nicht ganz so spannend, aber ich glaube, ich werde die beiden jetzt öfter begleiten. Irgendwie spiele ich sehr gern hier in der Highschool. Und ich finde es auch ganz lustig, dass Jared sich immer wieder neu verliebt. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann aber auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!